. Verderbniss kommt. Er erinnert den Dingens. Aufpassen! Position stimmt. Genau. Und Damagedraf. Schön an den Rand Zum Mond Zum Mond Okay Weiter geht's So bold Da muss ein Schadenfahrer sieht So So Und Weg damit Auaid rein die Sau Weiter Auaid Soll den Scheiß um Passt super Weiter Reintes rüber Und rüber So 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 Keepening Sie spawnt gleich, vorsichtig. Nein, steht. Wenn man nur hat, halt ihn gut. Und rauf da. Oh, ich den Scheiß weg. Sehr gut. Ich bin jetzt hier. in die kuppel mit dem parasiten ich weiß dass oder muss ich aber sie zwar und ich bin bei den tanks stehen die löschen hat in die kuppel Damage da drauf Na gut, durch die Mitte Kein Damage mehr aufs Arm Tektakel Und gleichzeitig auf die Verdächtnis Hold Ein Zapp Ja Oder sie spawnt Chatty hat Da steht Trafter Gut Kentakeln Und die Kahn Schnell reagieren, die Dinger sind sonst unser Tod endlich hier Sehr gut Das war zu nicht gut jetzt Das war sehr gut, genau Doch mal so Die Weltverdichten Treiben mit mir an Achtung jetzt wieder Und nochmal Auf da Leute, das könnte doch besser Das muss besser werden, ja Bleiben so schön Red, hold it up grönen Schnell Gäste Die Toll Wsten bereit sein für die Für alles hier Verderbnis spawnt, seid bereit, stellt euch auf, denkt daran, ihr steht da vor euren Dingern, in den Tanks stehen, Parasite spawnt, Eldentum, zieht alles hoch und bereit sein auf das Ding zu gehen und Damage da drauf, ausrasten, go, go, go. Baut rein, sehr schön, weiter, ausstellen, Bolt, bereit sein für den Bolt, die Milis, die nicht überleben können, hauen ab, sucht euch ein Dings gleich. Ein Regeln auf Salus. Ich muss jetzt durchziehen, Leute, kommt, konzentriert euch. Und auf den Bolt, go, 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 go. Auf die Mutated, auf die Mutated, Parasite spawnt, haltet eure Cooldowns, ready. Rettet Dexieressen. Parasite auf, pain. Ja, macht es ruhig. So, bereit sein mit Self-Cooldowns. Gleich ist er da, Achtung. Kein Stich, der Trotz. Und drauf da. Aufsrasten, auf dem Ding. Cooldowns bereit halten. Rettet uns ab. Genau, okay, super. Und da hin. Und da hin. Da hin. Machst du das. Egal, sein darf. So, Konzentration, 70% Tentakeln. Die müssen downen. Konzentriert euch hundertprozentig auf diesen Damage-Switch. 70%, die spawnen gleich. Jetzt. Da sind sie Damage da drauf. Haut die weg. Haut die Scheiße weg. Sehr schön machte das. Silber hat das Ganze gleich nochmal bei 40%. Ja. Square anregen, bitte. Okay. Sorry. Was haben wir für die nächste, wenn es für dich? Hab. So, sie kommen. Achtung, bereit sein. Okay, Aura macht. Und ausrasten auf den Dingern. Ah, und diese Scheißdinger weg. Ah, und diese Kackteile weg. Hervorragend. Okay. Cool bleiben. Sonne steine halten. Nur eben, wenn es knapp wird. Falle ich mich dann schnell vor. Woher werden wir ja zünden gehen. Jo. Komm Leute, zieht durch. Kaplan. Na ja. Wir hätten die Ads am Dingensbomben müssen, glaube ich. Ja, ich hätte das scheinbar müssen. Das wäre es wahrscheinlich gewesen. Ja. Ja, geht doch. Das ist mal ein Try. Ja. Und darauf bauen wir jetzt auf. So, von den Heilern her war das so. Genehmer, annehmer, besser. Wie gesagt, wenn Heilern nicht laufen, stirbt keiner. Ich will nicht. Dexy war tot. Wollte ich auch kurz sagen. Dexy hat gefailed. Arschloch. Warum ist Dexy denn gestorben? Es war denn noch, dass es besser geht, okay. Aber es war trotzdem deutlich besser als vorher. Richtig. Darauf sagen wir auch vor. Genau. Ja, du hast halt das Problem, also warum Dexy gestorben ist, du hast das Problem. Die Teltakel haut ein auf 5%. Dass du dann nicht gerade 95% live bist. Die ganze Zeit in den Mist. Kann jemand eine Redaktion oder wie? Ja, wir haben Bocker gehen. So, sehr gut, genau so weitermachen, dann haben wir hier P2, wenn wir diese P2-Tries dann sinnvoll umsetzen und nicht ums dämlich anstellen und in der Lage sind unsere AOE-Tasten und Damage Switch-Tasten zu benutzen, dann kann es das gewesen sein. Also, presst, bufft, weiter so konzentriert daran und dann kann man den Sack hier mal zumachen und dann ist gut. So, noch mal Raging. Doch. Du, das ist nicht bereit. Ja, geh so noch, halt, ich weiß nicht, ob du das nicht hast. Steht da. Steht doch. Können wir auf der Vier-Plattform, wenn wir an das Schwing den Tag gelaufen und wir einen Hut mit von den Shadows bekommen? Würde man einfach? Ich hab zum Mal den Test angebrochen und keiner hat ganz gut. Sagt man das wohl, ja? Ja. Was lang? Keine Ahnung, aber ich wäre dafür, wenn die Schwesten mal nach hinten rauskloppen sollen, dass wir das auf drei machen, auf vier brauchen wir den Schaden. Und zwar jedes bisschen. Da haben wir keine Zeit für irgendwelche ECDs und anderen Shitwresten. Ja. Wenn Shadow Himmeln dann auf drei wird, nicht auf. Und wenn ihr irgendwie noch Zeit habt, dann setzt noch einen Dotline auf das scheiß Schwingtank. Und da haben eben bei 80% oder so angefangen da raus zu gehen, keine Ahnung. Und dann auch so sechs, sieben Prozent. Ja. Nein, ich zieh gleich die Lups da sofort mit ran und dann sollte da auch nochmal ein bisschen was gehen. Ja. Ja. Wir Slowed auf, äh, falls wir in P2 kommen die Edds, den, wie viel Slowed hier? 50 70 70 konix hat es auch gespielt er ist da auch mit drauf ob die hat es auch drin kommen auch mit 70 prozent slow wichtig ist halt das ist dann am anfang irgendwas kommt wenn die alle da sind sofort irgendwas darauf dass die geschloss sind wahrscheinlich dann die pilze oder so und die lasse ich vorher schon hochgehen und eventuell wäre es gut wenn irgendjemand ansagt und da sollten uns ein bisschen jetzt schon darauf einigen wie wir die richtung da bestimmen wo die kommen das hilft eventuell noch mal ein bisschen kopf wird ja vor uns liegen dass man irgendwie sagt mittel rechts oder links rechts wäre dann da wo der malstrom ist und links werden dann da wo die portale sind das ist irgendwer macht ja eventuell ganz gut keine ahnung am besten dd oder so denn ich werde dafür nachher keine zeit mehr haben wenn ich geschrecken habe habe ich genug schreck sekunden hat ja ich guck schon bitte links rechts also mitte ist gerade hier wo ich jetzt gerade bin irgendwo hier hinten und links rechts ist klar so wollen wir dann oder es dauert die lootvergabe bis nach 23 wohin brauchen wir ja sagen wir ja es ist alles da dann mal rein schicken wir hier los in fünf vier drei zwei eins cool 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 Auf dem Boulders Lasten. Da waren schon parasitisch. Und raus, ja. Gut, weiter. Das war ein Wechsel. Wir gehen Ihnen zum Boulders? Wir gehen Ihnen auf den Boulders. So ein Wurf. So ein Wurf. Das war jetzt vom Boulders. So ein punishes Boulders auf Wurf. So ein Wurf. Und ob sie ein Verderbnis Passiert auf Messing Nila ein Stück rüber Und auf dem Fahrer sieht Einen Anbieter Ich hab's nicht gesehen. Leute, was war das denn jetzt schon wieder? Warum reicht denn mit einmal der Schiff? Ja, ein Prozent ist zu knapp, anscheinend. Tja. Arin geht vielleicht ganz kurz. Arin geht vielleicht ganz kurz. Arin geht vielleicht ganz kurz. Das ist schon sehr bedenklich. Er wacht auf, also das ist, man kann ja mir nicht erzählen, dass es mit Critlack zusammenhängt, ganz ehrlich. Okay. 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 Dann gehts los in 5, 4, 3, 2, 1, go Neoparazin Oh, Klemmerstrahl Oh, Klemmerstrahl Oh, Klemmerstrahl Oh, Klemmerstrahl Oh, Klemmerstrahl Oh, Klemmerstrahl Hier sieht es von Messinghatt. We-Map. Lass da rüber. Lass da rüber. Lass da rüber. Unterbrechen wollen. Wir müssten Binnen zusammen angreifen. Unterbrechen. Da sieht fame und auf der in den Rand Mädels standen falsch So, holt gleich Holt jetzt was ich haben? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da sieht's vorhin gleich, die Pellen tun jetzt. Und auch Strafauswassen, go, 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 go. Nächster Parasit, dann Z-Space, so Elemente im Vault, vorsichtig. So ein Stück rein. Und rauf da. Parasit, Spawn, bereit sein mit Self-CDs und Pots. Jetzt ein anderer Große. Parasit, Messing. Ist gleich durch, Achtung. Und rauf da. Okay, sehr gut. Anziehen, Bummen und die Leute auflegen. Tag steht. Ich hab die Jacks Resert. Kommt den Shit weg. Kommt, bombt jetzt. Mach richtig. Achtung, fahr. Die Knappung, nein. Jetzt. Jetzt. So, haut die kleinen Dinger um. Wir sinds da auch schon, haut sie um. Konzentration. So. Okay, gut. Was haben wir für den Nächsten auch im Marsbrief? Ja. 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 Weit sein, 40%. Die Kleinen wieder umhauen. Geh nochmal hier rum für die Toten. Ja. Ab jetzt. Hau die Scheiße um. Hau der Ton. Sonnheitssteine nehmen, wenn's verabreht. Okay, hoch holen, durchziehen. 20 Sekunden. Was, Leute? Das klappt jetzt. Bild von den Kundenverkundenhally. Acho sofort raus. Safety jetzt benutzen, kommt Leute. Richtig durchziehen. Sauber. Unter Plattform 2. Konzentration, es ist im Prinzip Normal-Mode. achtet auf die ap anzahlen kleinen zentag ins horn gleich da gehen alle gehen alle drauf da sind sie auch schon der wird schon drauf haut die scheiß dinge oben wenn ihr schrappnäller ab 5 3 sekunden drücken haut den scheiß um kommt da muss mehr damit schon schneller hier steht eins die ganze zeit so der mensch auf dem bus so achtung die dinge in sporn gleich seit aoe bereit johli macht keinen fall rechts und aoe wir brauchen eine aoe aoe ist da drauf kommt, schickt da rein, schickt da rein, das läuft, sehr gut noch fokuss die ads, hab ich gut wallern hinten ist einer single left 1 ah schiff drauf, ist nicht durch, ist ok, bleibt johli halt von der ober gibt es noch irgendwas von mir nicht Achtung, nicht johli, ne? jo, nächsten lupst, bleibt bin down johli, weiß ich, ich retz sie und sofort an chentakeln bald wieder, vorsichtig machen, ja, fast schon machen erst die plups machen erst die plups so, Achtung hinten plups füsten, hinter uns direkt, kommt haut den scheiß schickt da rein, sehr schön und sofort den tentakeln tentakeln ein kleines lebt nur haut das kleine um so, und tentakeln auch nehmt euren, euren dingens da kommt alle so bleiben heiler konzentrieren sich die großen werden offiziellt ich nehme den linken vorliegen ich habe den linken von wo auf gesehen? ja, wenn wir drauf gucken, nehmen den anderen jetzt haben wir klauen, holen wir rein konzentrieren sich, stellt euch zusammen die nicht mal, geht offen jetzt nicht mehr dotten nur noch gleich AUD in und durchziehen bleibt locker Leute, wir haben Zeit der Boss ist am Arsch konzentrieren euch Anregen auf Squared Lups legen Aloha Lups Damage da drauf einmal noch AE down Lauf down Hau die Luft weg 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 Auf Boss Zieht aufm Boss durch Kommt, 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 kommt Leute Kommt Leute Kommt Leute Zieht einfach durch Das klappt Das läuft Nehm Gesundheitsteine irgendwas Haut da rein Kommt, 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 kommt Der wird liegen Der wird liegen Der stirbt früher Der stirbt früher als das Hau den um Hau den um Hau den um Der ist down Fick dich Ja Down Ja 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 Wir haben sie gefickt Alter, wir haben sie gefickt 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 haben wir Gefickt alle oben Locken auf die Ehm Einfach auslachen Ehm Scheiss Alter hab ich harte Nippel Oh meine Nippel Meine Nerven P2 Wollt ihr mich verarschen Ey Was Was Einmal P2 und ausrasten Leute Ha 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 Kei Ihr habt ja den Todeshound gesehen man Ha 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 Jetzt nicht mal Ha 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 Ich hab mich Squire Ich musste ans Puls Video denken Da hab ich ein paar Dasselbe gebracht So Leute wir haben auch ein Sehr sehr schönes Bild heute von Take it bekommen Direkt für unsere News Ha 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 Oh Gott Ich kranhte aus ey Ich kranhte aus ey Oh mein Gott So dieses Bild, Moment mal Das werd ich jetzt mal direkt für den Stream Vorbereiten Ha 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 Das ist geil Oh Gott ey Wurre Ah so Ihr seid die Besten Alter Mit nem fucking messed up Einmal funktionen Einmal reingefickt Und down ist die Miss Geburt So muss das aussehen usch Endlich wieder neem bilde Man kann mich Man dem Herzinfarkt Ja meine Nerven Geburtsag geschenkt an Herbert. Killbert, Killbert ist wieder online gekommen und da ist der Boss weg. Wir sind sogar am Geburtstag also. Haben wir erst ein Foto von hier? Ja, machen wir sofort. Ey Leute, Hammerhard, geil. Ohne Scheiß, sehr gute Arbeit. Ey, das war für ein geiler Scheiß, ey. Super Runner gespielt. Perfekt, Leute. So muss das aussehen. Gib mir für nen Screen einen Moment, ich muss hier erstmal die Grafik auf volle Kanne schrauben. Kann ich verlängern? Was bitte? Warst du im Uniforum? Ne, noch nicht, aber ich muss das gerade noch in den Scheiß. Moment. Sal hat schon geschieben. Ja, Sal hat schon. So. Ey, ihr seid echt die Fechten, Alter. Wie ich die Müsse gefickt hab. So, bitte mal in den Stream gucken. Ja, warte, tut Linky nochmal oder so? Ah, da ist er ja. Ja, aber warte mal kurz. So ein Piss, was ey. Ist das lächerlich. Ich muss mir erst Bananen angucken. Hier alle mal Titel einnennen, ne? Ja, wozu ID verlängern? Also das, äh, das war alles, ne? Ich muss Reload noch keinen Screen machen, bitte. Boah! Ich mache keinen Screen. Alter, das war's. Hier alle mal Titel einnennen. Ist das geil! Ist das geil, ey. Ist das geil. Ist das geil. Wie kommt? Hände aufgeregelt! Ganz ehrlich, ich hätt's nie gedacht, dass der Warte liegt. Nie. Sal... Allein Geld, da habe ich scheiße! Guck mal! Schloch, ich mache das! Wir hätten den... Wir hätten den gestern umhauen müssen und dann so mit dem Placebo-Effekt quasi. Was sieht man jetzt bitte in deinem Stream? Echt? Das Bild da von dem Chat. Da ist schwarzer Kasten. Nein, oben rechts. DZ, Leute. Das ist einer von No Limit. So, das bitte jetzt alles komplett einfügen. Vor allem dieser schöne No Limit-Skilden-Chat-Pick da. Und flamen, feuerfrei. Also das haben wir uns jetzt verdient. Ich hab mal den Screenshot in dem Film-Form gepostet. Hast du den Film-Form gesehen? Ich hab jetzt das reingepostet, was Potti da gemacht hat. Link mal. Ja. Fick die Pisse, Alter. Da ist es. Einmal Phase 2 und ausgerastet, wundervoll. Einfach nur wundervoll. So, jetzt lasst uns aber... Jetzt lasst uns aber mal... Äh, 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 hier Dingens. Noch ein Kill-Film machen. Fuuuck you. Boah, Alter, ey. Warte, ich muss das Bild essen gucken. So. Was für'n Scheiß, Loot. Das gibt's gar nicht. Boah, ist das klein. Was ist denn drin? DD-Loot. Loot ist jetzt nebensächlich. Ja, Mann, wohl Scheiße. Fack den Scheiß, Loot. Wen interessiert das, Mann. Schwert. Aki-Sterb. Zweimal Kaster-Sterb. Einmal Aki-Axt. Die Scheiße dissen wir gleich, weil wir was können. Und einmal Decker. Was mal alles dies. Wo ist denn's weg? Ja, warte, ich bin noch nicht... Wie denn jetzt aufstellen? Warte, ich versuche gerade diesen Screen, der so ultra winzig ist, dass man eh nichts lesen kann. Na, ich dachte, wir rücken sie ja zu den Insta. Hilden-Nachricht des Tages. Magnus for Ender Vision, Killelele. Achso. Also ist'n der so nüt. Weil die lad' das mal groß hoch. Das ist normal. In welches Fett hast du reingeflamed? Ohne. Guck doch mal auf seinen Stream. EPR. Dein Pose ist der beste im Progress-Thread. Aber wo ist auf deinem Stream jetzt irgendwas, dass ich da... Ich seh' da nix. Ich seh' da nur Tennis-Bekleidungs-Werbung. Oh, hey, ey, bitte. Wo denn, bitte? Alter. Lass' mal ein Bild machen. Sagt's mir doch einfach, ich bin's dummer. Kann wir jetzt ein Bild machen? Ja, wir machen jetzt ein Bild. So, hier. Ähm. Wenn ihr mir sagt, wo das ist, komm ich auch wieder in-game. Vor die Aspekte oder vor den Loot? Vor den Kopf, oder? Mit den Aspekten hinstellen. Ähm. Wie machen wir das? Mach' mal die Marks erst direkt. In jeden Fall, lass mal die hessischen Portale, Musiker. Ja, richtig. Wir können uns auch hier zwischenstellen. Keine Ahnung. Wir können uns auch alle da draus stellen. Wie wär's, wenn wir mal was einfallsreiches machen? Keine Ahnung. Vielleicht machen wir mal einfach mit den Charges von oben mal IV, oder so. Was weiß ich was. Wie? Oder das hatten wir lange nicht mehr. Oder wir gehen nach der Sack von ganz rechts. Da sind aber die ganzen Dings. Die ganzen gleichen. Nee, komm, wir gehen. Komm mal mit hier. Komm mal mit. Aber die Kiste ist nicht da. Da müssen wir bei der Kiste bleiben. Wenn du seht in die verkackte Kiste, Mann. Der Kiefer, Mann. Der Kiefer, Mann. Der Kiefer. Kiste bleibt mit dem Hintergrund. Können wir nicht mal Grunde. Aber die Kiste zeigt, dass wir den Down haben. Bleibt, Leute, jetzt mal wieder ein bisschen, ne? Wollen wir das machen? Mein Vorschein ist, wir machen wieder dieses, wie wir das mal vor Ewigkeiten hatten. Schreiben wir den Chars einfach mal IV. Wir hätten uns verdient. Machen wir so'n blöden Ding. So, passt auf. Wir fangen an. Ich bin oben vorm I. So. Ab geht's. Komm, hier wo ich bin, ist der I-Punkt. Du musst irgendwo in der Mitte. Nee, nein, nein, du kannst den ruhig machen. Ist okay. Hier. Willst das V so weit nach rechts drehen? Aber die mag's wirklich. Achso, wir könnten ja... Ja, andersrum. Ja, stimmt. Könntens andersrum schreiben. Ja, lieber so, ne? Hier. Dass das I hier ist. Ja, okay. Dann fangen wir hier runter, ne? Ah. Jo, dann mach das mal. Mach mal das Auto-Update aus, bitte. Äh, ja. Geh mal zurück. Hinter mir. Hinter mir. In der Linie. Äh, äh. So geil! Was denn? So geil! Nein, ganz ehrlich. Meine Ex-Gilde hat in diesem Moment gerade den Kill auch gehabt. Die 25er. Aber trotzdem sind wir vor der. Geil. Wayne, geht das. Wollde, krieg ich das denn auch hin? Nee, die werden von uns, oder? Es denkt ein bisschen lang. Es denkt davon ab, wer den Loot als erster Vater ist. Also irgendwie sieht das aus wie I. Ich hab keine Ahnung. So Leute, wir machen das jetzt anders. Los. Verzieht euch alle mal hier hin, wo ich jetzt bin. Alle außer EPA, das ist der Anfang. Alle kommen jetzt hin und ich ruf nach und nach Leute auf. Und die stellen sich genau dahin, wo ich stehe. So, hier. So, hier. Zack, Fugoria. In mich. Das ist schwerer als der Bus. So, so. Mach mal bitte die Marx aus. Äh, Herbert. Mich doch schon. Ich bin hinterher, Herbert. Also gut. Ist mir egal. Jolly. Ach, heul halt rum. Da steht er da halt. Jolly hier hin. Ähm. Bums. Äh, hier hin. Sei. Sei. Sei dann hier hin. Genau so. Das sollte reichen. Dann fangen wir hier an. Ja, ich bin nicht so gut in Eurothmie-Tanzen. Das ist eher was für Wohnen, weil... Du bist jetzt vorne, du warst nicht in der Schule. Ja. So, hier hin. Dann, äh, der Moncher. Müsste dann aber auch der will vom zweiten Spieler sein, ne? Wenn das ein Punkt ist. Ach ja, stimmt. Genau, das ist ja ein... Wobei ein großes I hat eigentlich keinen, äh, Punkt. Leben ist es ein großes I. Ist ein großes I. Gut. Na, du willst ja der Punkt sein, Liebherr. Hab ich nicht gesagt. Er will nur oben sein. So, hier. Zack. Äh, Mondo. Mondö. Skryer. Ich glaube, wir müssen das noch vergrößern gleich, hab ich so das Gefühl. Haben ein Loch im I. Ja, das ist... Ne, das ist schon... Äh, ja, Strixen hier. Teri. Ich stehe immer einen weiter. Die Posi wäre für mich super, weil dann stehe ich genau mittig drin. Ach so. Ja, dann Gelasinda, dann Strixen jetzt hier hin. So, das sollte ja ungefähr... Wir müssen das wahrscheinlich noch ein bisschen größer machen, oder? Warte mal. Ich fixe ihn hier hin, dann stelle ich hier noch einen hin. Äh, Chronix hier hinten hin. Das I um einen verlängern. Ja, I um einen verlängern. Dexy. Hier hin. So, dann... Ist der Winkel nicht so hart? Weiß ich nicht, meinste? Ja. Ein bisschen. Gucken wir mal. Ich meine, ab Fame sind alle inschlittener links. Ja. Ja, stimmt. Gib mal so ein bisschen. Hier. Hier. Du meinst oben oder was der Winkel oder unten? Schon sehr steil, ne? Wenn ihr euch jetzt alle noch hinlegt, dann sieht das noch mehr wie vor aus. Und du auch noch ein Stück nach links. Und dann die anderen auch noch ein Stück. Alle hinlegen. Das wird noch länger dauern, Alter. Hör auf. Aber jeder muss einen Vordermann genau angucken. So, passt auf. So, hier, zack. Ne, jetzt macht er mal wieder richtig. Komm, jetzt hab... Ich hab... Junge. So, wer kommt jetzt hier hin? Wen hab ich noch nicht? Äh... Ja, komm, du her. Mal hier hin. So, Tyranno. Dann hier hin. Das ist auch immer noch zu klein. Ja, das ist schwieriger als gedacht. Schwer ist ja was, ne? Der Rest wird rausgeschnitten. Doch reicht nicht. Das ist zu klein. Wir haben noch Lücken zu füllen, wenn sich jeder... Oh, wir können sogar noch länger machen oben. Jeder zweite legt sich hin. Das sieht noch cool aus. Ja, das ist ja oben über den Info. Kannst du ja auch. Seil, edit thema deinem Post im Pokers... äh, Thread im Post. Lass da mal. Ähm, wen haben wir denn noch? Hier, Raisin hat schon? Ist Raisin irgendwo schon? Ne, ne? Ja, es hat größer als Best. Ich hab das eh größer gemacht. Ach, du hast das eh größer gemacht. Okay, dann passt es. Sieht so aus wie ein Ender, was unten unten größer macht. Ja, bleib doch mal ruhig jetzt hier. So, äh, wen haben wir denn da noch? Salus, hier. Schnapp. 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 Ja, aber Allah Keyamzu 나오면 das sogar dreidimensional gemacht. Das war aber Scheiss. Das hat ja einfach ne halbe Stunde gedauert. Warte mal, hier müsste keiner dahinter. Oh. Wisst'n mal. Wer ist denn jetzt noch nicht? Ich hab noch nix! Ja hier beim I, da können die Leute mehr zu sehen. I nach links. Ja geht das I noch mal ein bisschen nach links. Komm, wenn wir hier hin, wo UEFA jetzt ist und dann ein bisschen näher aneinander, dass das ein bisschen gestaffelter ist und dann... Mal in CS schauen, die schon stehen. Was? Mal in CS schauen, die schon stehen, da kannst du noch mal Maß nehmen. Das ist Chronix Auto, ja? Ja. Äh, wir gehören noch mal so einen Millimeter nach rechts von dir aus, oder? Ne, passt. Ja doch, doch, geht. So hier, Sal, Jolly, geh ein bisschen näher ran, wir machen das jetzt, wir stauchen das ein bisschen. Ja, zack. Komm, Herbert und Shana, und Shana pennen wirklich. Ne, die sind auch echt bisschen doof. Hier dann jetzt, hier komm, ich teile jetzt neu ein, hier komm, Shana stell dich jetzt hier hin, dann Hurnbett dahinter, gleich direkt da dran, dahinter dann Dexi, schnapp. Take it. Alle bisschen näher aneinander, kommt, es ruckt auf. Und dann geh ich da ganz am Ende und dann haben wir das. Macht Felm das Screen und gut. So hier, äh, Tere hinter mich. Was sollen diese beknackte Army da jetzt? Ach, die scheiß Watson-Army weg. Das geht gar nicht so schlecht aus. Felm, das mag auch mal aufmachen. Feinscheid. Das war schlecht. Äh, wenn ihr das Interface ausblendet, sind die eh weg. Passt schon. Hinlegen oder Stimmbleiben? Nee, passt so, oder? Keine Ahnung. Können wir uns doch mal jetzt langsam irgendwie, keine Ahnung? Einigen, besser. Soll ich keinen Tag denn auch nicht machen, sondern mal Urlaubwähle mit hinlegen? Ja. Du gehst immer schnell durch. Das geht zwei Stunden. Okay. Die werden wir brauchen. Macht mal, da ich diesmal nicht so nah an die Leute rangehe, ruhig mal irgendwie ein, zwei Sachen an, mal gucken, wie das ausschaut. Das ist vielleicht nicht unbedingt. Das, äh, das Decay macht's auch kaputt. Macht, lasst wir jetzt mal das Geegespam, dass wir uns das hinterherkommt kriegen. Ich hab schon ganz viele, wie ich, wollte ja jetzt auch ein paar mit dem Geegespam, mal gucken, wie das ausschaut. Ahhhh. Ja, passt schon. Ich hab x-tausend jetzt. So, alles klar. Rumsbums. Ab zum Nut. Ahhhh. Es ist grad in der Decay der angedeutete I-Punkt. Haha. Bisschen faroum groß. Ja, GG sag ich mal, ne? Trenny. Oh, Trenny ist auch down! Hahaha. 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 Das ist das zweite Mal heute. Da ist was faul. Minus DKP. Das war ich nicht, Shady. Ne, Shady ist glaube ich auch einmal doch, oder? Er ist auch schon gestorben, ja. Er ist auch einmal gestolpert. Wichtiges vergessen für den Screenshot. Ich mach's nur auch trägisch. Nochmal aufstehen. Ah, so eigentlich. Shady ist der einzige Mage, der... ...den Chiefs. Ach, so lootiert, zack, bumm, der starb. Zweimal, ne? Ich möchte anmerken, dass es dann hätte schon dauernd zahlen können. Ja, der ist zweimal drinne. Egal, Hauptsache... Ja. Aber, wir können ja nur Limps vorschlagen. Sie brauchen die Idee jetzt nicht zu verlängern. Ja, das können sie ja jetzt schon machen. Hahaha. 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 Das Ding ist durch. Oh mein Gott. Das ist jetzt so scheiße gemein. Ja, also wer so rausprügelt die ganze Zeit und labert, dann... Haben sie das bei Raggy nicht auch gemacht? Ach ja. Hier, wer Server-First umlegen will, join uns. Ja, Server-Second mit Teams und so. Ja, ja, genau. Keine Ahnung. Ist gut, wir genießen das jetzt in Ruhe. Fertig aus. Yv hat gelacht, so wie jedes Mal. Und fertig. Ne, das machen wir dann intern. Extern, Leute. So. Vielleicht hören ja einige mit im Stream. Hallo. Hahaha. Hallo, nur Limmy. Hallo. Wuhu. Wuhu. Ja, ich hab schon... Ja, das ist ne gute Idee. Äh. Ne, für die, für die News. Äh, dann, äh... Ähm, Madness, äh, Deathwing ohne Grenzen. Oder sowas. So. Ich glaub, jetzt müsste still eigentlich seinen Sohn, äh, Deathwing oder Madness nennen. Und dann nennen wir in der Vision, keine Ahnung. Hahaha. Hahaha. Also wär gut, wenn das Kind... So, geht an. Raisin und Delicious für 20. Hoho. Wär halt sehr gut, wenn das Kind heute kommt, weil... Ich hab heut Geburtstag, das... Äh, wir haben Madness heut gelegt. Also besser kann so nicht sein. Alles Gute, ey. Alles Gute, ey. Krats. Findest du dich? Ein Jahr... Ach, Dexy, ne? Aber vor, äh, vorsichtig, ne? Jetzt, bis, äh, jetzt kannst du hier für, ne, das ständige Clown da im Rewe, äh, belangt werden, ne? Naja, 16 ist so scheiße und wie ne? Ne, 14. Soll ich diese... 15! Die Gegebenheiten, Mondo erinnert mich gerade darin, da auch wieder mit einbauen. Zum Beispiel dieser Jeeves, der irgendwo da am Arsch der Welt stand. Ja, bitte. Aber der jetzt steht. Also, hat er nicht einen Screen davon, wie Waze und den Parasiten dem Ohr... Äh, müsste man aus dem Stream rausfiltern. Das ist die epische Scheiße, die ich hier gesehen habe. Nein. Das ist gleichzusetzen mit dem Cocktail. Aber der ist doch die... Scrap! Scrap, der Crap-Hunter! Scrap, der Crap-Hunter! So, Stangenwaffe. Kann's weg sie geben, ne? Ja, ne? Sollst du, wie ich schon gesagt habe vorher, dass ich glaube, das war mein schlechtes Raids, seit ich in der Gilde bin. Oh mein Gott. Unterträger. Ja, das passiert halt. Ja, dann geht's Set dazu. So, Schwert. Dax. Keine Ahnung. Trolly? Hm. Wenn ich den Dicke brauchen kann, nicht. Ja, Con halt. Ja, dann. Pass nicht. Ja, dann. Trial. Haha. Ja, das ist natürlich Arsch, ne? Ja? Er hat uns schonmal geliebt. Ja, das macht er auch wieder. Ja. Deswegen hab ich 90 Euro gezahlt, dass ich die da helft. Ja, der geht zum Morgen nach Null und Null hin jetzt. Keine Ahnung. Ist er nicht in unsere Pfand, nachdem wir den Killscreen mit IV gemacht haben? Wegen mir soll er sein. Hat mich da dunkel zu erinnert. Hoffe auch. Das Alakir Wild war doch unser Fahndungsfoto. Ja, was ist denn das jetzt? Gibt es nur er oder was? Ja, ich passe. Ich gucke mal davon aus, dass er bleibt. Und wenn nicht, dann komm ich vorbei. Eigentlich hab ich ja mal vor langer Zeit verboten, dass man für Trice passt. Hallo Chronix. Gut, das musst du entscheiden. Ich kann nur sagen. Wir schicken ein paar Strixie vorbei. Sagen wir mal so, es ist mir egal, dass Addon ist gelaufen. Was ist mit dem Neuneisen? Wir schicken dich dann einfach vorbei in Chronix Deep, dann gibts ihm ein Pum mit dem Neuneisen. Ne, dann komm ich mit dem Driver, Alter. Driver. Der Golfer. Ja, Hurenbert und Tyranno Roll. Her, Berdons. Du hast doch geschenkt. Jo, komm Herbert. So ein Versager, ne? So ein Versager. Null. Dafür, dass er zu spät kam. Ah, das war wohl nix. Naja, beim nächsten Geburtstag halt, Herbert. Oh, an wen das wohl geht. Oh, mir fällt gerade ein, ich sollte die Gebote vielleicht mal wieder ausblenden. Nein, das ist kaum gut. Ja. Nein! Ich muss noch mitlesen im Stream. Oh, ich schätze. Nein, den mag ich nicht. Gib's dem Arme. By the way, 190 Bestie Gilder der Welt. So, 100... Ne, Quatsch. War Bullshit. 25 Failgorea. Quats. Und im 25er? Es ist 25er. Es ist 25er. So, äh... Was haben wir hier noch? Achso, das ist ja nur so ein scheiß verkacktes Drecksding. Äh, hier, Fan. Ja, jetzt sind ja zwei Mounts drin. Ja, ja. Haben wir noch... 12 Aspecten geholt, oder was? Jetzt geht das wieder los. Wir haben es. So, jetzt habe ich mir gerade die Essentials auf Destruction für 20 DKP gegeben. Und zwar, ähm... Freikor. Jetzt hat man die Verkaufssegelung abgebildet. Ich mach dir die DKP. Ja, egal. Ich fand das dann endlich. Ja, zweimal das scheiß Mount. Was machen wir denn jetzt damit? Sind das nicht zwei verschiedene? Ja, eins gibt's dann nur auf Hero, oder? Nein! Das Hero Mount droppt zweimal. Droppt zweimal. Wie sieht das überhaupt aus? Muss jetzt mal gucken. Droppt das zweimal? Ja, es droppt zweimal. Ich glaub genauso wie es aus wie normal, nur es ist rot. Wirklich so. Zweimal? Da muss ich mir jetzt mal ein Bild googeln. Genauso hässlich wie das normal ist. Ja, das ist ja echt richtig schön hässlich. Hat's also. Wir würden es denn gerne haben wollen irgendwie. Ich glaub die meisten wollen es gar nicht, oder? Das sieht total toll aus aus, man. Ähm, ja, wer das haben will. Gibt's dem Angler Meister. Und dem Nachwuchs Angler Meister. Äh, gucken wir mal, was wir da alles zu haben. G clairement mit etwa 3-15-75Gs. Nehm, nehm... Sp Giment? wenn es wirklich jedes mal zweimal tropft ja, wir haben Februar und das Addon geht noch bis Dezember, also ja, dann glaub mal aber wenn der 10%-Nut kommt, werden wir es bestimmt nicht mehr schaffen bestimmt nicht wir können jetzt wieder schwerer wir können jetzt eine Woche ohne Debuff machen also also ich erinnere nur an, wie hieß sie nochmal, Lady Death Whisperer mit 30% also wir entscheiden das jetzt so wieder, wie also nur dass das auch neue Wissen, solche Mounts, gerade auch bei Firstkiss, entscheiden wir grundsätzlich dann danach, aber so wäre hier halt schon teilweise die ältesten, wenn wir sind also jetzt nicht in der Form von der, dass Hohenbeter nie einen Mount bekommen würde ich meine jetzt in Form von wie lange man hier ist und so halt, es ist eh nix Wichtiges für den Content und deswegen, wenn wir da einfach mal so Leute, die dann schon lange dabei sind, bla 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 hier, da eventuell belohnen Erste geht deswegen dahin wohin, wohin 11 in die Schweiz in die Schweiz geht's halt geht's halt großvater großvater das allerdings nicht für, äh, für das, äh, für die lange Zeit, sondern für 96k Schaden auf den Splitter und, äh, für den anderen, den er da hinten gesitzt und, äh, für 4,5 Tonnen Toblerone was, was auf den Splitter? hehehe einmal No Damage auf den Splitter und, hehehe auf dem Baut Ok, jetzt, das Zweite jetzt nochmal bitte Plus machen, wer das gerne hätte auch, wenn wir alle einfach, egal wer, ich guck mir das dann an ich entscheide das dann, oder ich entscheide das mit den anderen sooo so, Swixen ist für sowas noch zu neu Shanna ist mir zu undeutsch Skryer ist in letzter Zeit viel zu frech FU DICH Messing ist da, da lach ich jetzt mal hämisch drüber ähm kein Wester vorhin viel außerhörst du nicht mehr? also für meine für meine ich sag, äh lass das mal bei meiner Entscheidung für meine Entscheidung kommen in die nähere Auswahl ähm Shanna Skryer Epia Sal Jolly eigentlich auch der hat ja auch ja Ist Jolly nicht noch weil? Was? Ist er nicht noch ein Shry? Ja Jolly Ja, also wie er spielt ja Ja, Nio wollte die auch grad sagen, da ist auch die Leistung hervorragend gewesen, ne Puh, das ist, äh, schwierig Ich bin für Epia Ich als unparteiischer bin für Skryer die die Rankings gehen nach Loot Ja? Ja, okay Ich bin ehrlich gesagt auch für Epia wenn das haben möchte Ja, ne Nein, sag ich bestimmt, ich hab' ich überlust, äh Ähm Das kann ich, also, dann würde ich schon sagen, weil ich kann das auch ganz simpel, äh, simpel, äh begründen, weil, äh, es gab ja Zeiten, das wissen viele, da muss ich diese Gilde mehr oder weniger alleine leiten und sei nicht Leute wie Epia und Fenster hier rum habe, ist auch mein Leben da sehr angenehmer und da kann man auch mal sich einfach mal zurücklehnen und wissen, was ich bin da mal nicht mehr. Nicht zurücklehnen, faul, aber man kann auch mal sagen, heute geht es nicht und man weiß, dass da was passiert und ich finde, dass sowohl in Firelands als auch jetzt gerade eine ganze Menge hier dafür getan hat und ich finde, das passt. Und ohne ihn hätten wir nev bis heute noch nicht gelegt. Was? Und ohne ihn hätten wir nev bis heute noch nicht gelegt. Da wären wir immer noch im TF-Konche. So, gibst du grün des Tages noch einen roten Gambit. Das Kiten war aber auch schwer. So, ich hoffe jetzt, Shana, dass du aus deinem Scheißstein nur wieder nur Dreck bekommst. Ich hoffe, du bekommst einen grünen BC-Stein, du Arschloch. Ich hoffe, du kriegst einen grünen BC-Stein, der schon geschliffen ist und viel Wille gibt. Herbert, bitte am Geburtstag mal einen roten, oder was? Wie bitte? Am Geburtstag mal einen roten. Naja, klasse, ne? Ich hoffe, du bekommst einen AG-Instein. Ja, der ist nice. Und, was ist drinne? Jawohl, da ist auch der Rote. Fick dich. Rot, 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 Arschloch. Und stellen wir jetzt nächste Woche das Gildred nach 500 Gold. Nein, nein. Rot. Was hat er jetzt gemacht? Er hat nur den Widerstand. Ich habe einen roten. Was hat Schöner? Was hat Schöner? Wo ist er? Wo ist er? Ein Schattenspinel. Du Arschloch. So, tausche grünen gegen den Rat will niemand. Ah, ist das ein schöner Tag. Madness down und schon agrieten dreckigen Schallstein. Auseinander nehmen, ne? Stimmt. Jetzt müssen wir echt OG auseinander nehmen. So wie gestern. Oder heute Morgen. So mit dem ganzen Raid jetzt nochmal nach OG. Leif. Einmal OG, oder? Ja, aber es geht in den Chief, den haben wir doch jetzt schon. Ja, aber egal. Es ist 3000, äh, eine Million. Hey, können wir nicht mal nach OG einfach 25 Leute und alle ficken? Nee. Da kriegen wir nur aufs Maul. Das hatten wir doch schon bei den Astrolin, äh, den Rhinfurs verkackt hat. Ja, so, äh, Gildelevel. Ja. Ja. Warum stellen wir uns nicht einfach von Indie-Eingang und campen die? Wenn sie wipen, was sie ja wahrscheinlich nicht tun, können wir uns einfach anfahren. Nee, ich glaube, die haben die Schluss gemacht und schlagen den Spring zu. Hallo, No Limit. Ich glaube, die warten auf unser Killvideo. Wenn wir das nachmachen können. So, finde ich gut. Reine Scheiße, ey. Ist es nicht. Die sollen es nicht so machen wie ich und aufs Klo gehen und zurückkommen, weil es der Boss da, ne? Voll blöd. Hast du verschissen. Jetzt haben wir auch noch so einen komischen neuen Titel, ne? Ach ja. Dritter von Azzard. Destimise größeres. Richtig, richtig. Destimise nachgefahren, nicht größeres. Nee, Bullshit. Bullshit. Ist es jetzt nicht die beste Phase? Von der Gilde, 190, Bird. Die beste Phase der Gilde. Ja, früher gab es mehr 25er Gilden. Ja, kann man schlecht sagen. Früher gab es halt mehr 25er, stimmt. Mach halt komplett 13er, süßes. Sagen wir mal so. Wir hatten auch einen 120er Algalon-Kill, 10er. Ne, das war sogar 90. War das nicht World First? Ich hab da was auf dem MMO gelesen. Ja, World First war eigentlich... Das war 25er. Das war aber 25er, der World First auf dem MMO Champion. Nein, das Ranking stärkste, was wir jemals hatten, war die 10er Gruppe zu Ulduar Zeiten mit Rankings unter 100. Ja, wir hatten Algalon, glaube ich, 89 oder so gelegt. Und Mimiron Hardmode war auch irgendwas. Oh Gott. Was war das denn jetzt? Schick dich, du Arschloch. Die Scheiße. Er leidet immer, weil er bei Zorn der Horror halt voll Wayne war zu dem Zeitpunkt. Ich war so unglaublich geil, dass ich nicht mal Trial war hier. Ich war erster Allianz-Starkholder, der nicht in der Vision war, also fuhr. Und Schicks, und das ist auch mal wieder fattig, ne? So, da muss ich mich fremdschämen. Was hat er gemacht? Ah, man, du schein geflammed. Was hat dich gemacht? Ich habe überhaupt nicht geflammed. Ja, es ist doch, ne. Recht, schreibfehler. Mann, Mann. Schreibt man das mit Z, oder was meinst du? Ja, er weiß ja nicht mehr, wo die Gilde schreibt, wo der ist. Übrigens, wie heißt es, Onyxia ist jetzt Deutschland 14. Geht, zähl. Einfach mal wieder adpusht. So, leck mich am Arsch. Naja, wir können uns ja drauf freuen. Ihr kennt ja alle Buffed, und die haben ja ihre Kommune. Was geht auf den Servern ab, ne? Und da werden dann wir wohl, oder Eleven-Scheiß, halt dann mal aufgelistet mit unseren Top-Spielern, etc. Wieso kennst du sowas? Keine Ahnung. Er liebt immer die Guides. Weil er es geschrieben hat. Ich habe dazu, äh, classic immer Guides gelesen, und, äh, vor allen Dingen auch Burning Crusade, also Sunwell wäre ohne, ne? Ging gar nicht. Mhm. Ja. Wo ist denn Eppiach? Keine Ahnung, boah Angels waren damals auch eine ziemlich starke Gülle. Zwergenbank. Zeichen's. Der Raizen muss ja auch. Die sind doch beide hier. Eppiach steht da. Ah, ich finde, das Mount gar nicht so hässlich. Eppiach, wo stehst du? Also, es sieht definitiv schöner aus, als die Variante aus dem Normal-Mode. Das Problem sind, die hören eigentlich nur. Also, ich höre das richtig, Alter. Das Mount vom Legendary Staub, das finde ich hässlich. Richtig. Das ist richtig hässlich. Ich hole mal ein schönes aus hier. Schauen wir mal, wie wir rausnehmen und schauen, wie es dann aussehe. Ahhhh. Der 11 Achievement Mount ist sowieso das Tollste. Ne. Ah, da ist es. Der schönste Probik von allen. Der Black Crow Drake ist der Beste und danach der Ulduar Drake. Alla Clear Mount ist das Beste. Wie viel wurdest du hier? Zwergenbank, davor? Bin ich auch, aber seltsam. Oh, jetzt muss ich wieder die ganzen Progress Shats updaten. So ne Scheiße. Hab meins nachgedreht. Wofür willst du noch Recruiten? Das ist doch ein halbes Jahr Zeit. Ja. Für was soll ich jetzt Recruiten eigentlich? Zwicksen fliegt mal mit einem 20€ Schein da weg. Verkacktes Casual Mount. Ja, er hat ja auch nur aus Firelands das Casual Mount. Ich hab das Kleinste. Ich hab das Beste. Fein. Doch. Wenn wir uns halt FTW. Oh. Boah. Wisst ihr eigentlich was das Beste ist? Den ganzen Namen im Schokoladen Speck geredet. Fick dich, Nemiron wollte ich auch, aber... Du hast es ja scheinlich toll hingegeben. Fick dich. Hast du nicht wirklich. Nein, hat er nicht. Er will sich nur cool fühlen. Deswegen sagt jetzt, boah, Mann bist du gut. Dafür hast du aber toll geheilt. Los, sagt's. Boah, bist du gut. Hat er nicht. Ich hab damit damage gemacht. Ich glaub, das hättest du bei der ersten Aura Master gemerkt, oder? Die hab ich ja gar nicht mitgeskillt. Ihr seid ja toll, aber das ist echt mein Platz hier im ersten. Ich kann ja trotzdem das Makro drücken. Ja, so. Alter Misa. Ich guck da auch nicht drauf, ob es wirklich funktioniert. Auch schon dreimal Aura Master und dann gemerkt, dass man die Dings... Mondo. ...dauer gar nicht, oder? Schade. Was ist mit Mondo? Seid, seid, ey. Toll. Was machen wir jetzt bis bis zur Pandaria? Auf Halion warten. Wir haben wieder ein Relief. Ja, wir haben noch, wir haben noch so ein paar Dinge zu tun. Halion 2. Wo ist Soka? Gehen wir morgen 10er? Oder Progrissen? Morgen. Morgen ist da die Relief. Morgen ist Mittwoch. Morgen wird man ordentlich wieder reingenergert. Ja, direkt nach dem Warming, also nach dem Macht von Nacht. Ja, von mir aus können wir das jetzt halt so machen, wenn wir im 25er Konzept haben, dass wir dann die restlichen Tage 10er raiden. Das ist mir eigentlich egal. Und diese Clearzeit, die dann ja auch ähm... Ja, wahrscheinlich dann auch durch den Buff und durch das Einspielen und bo be bo, irgendwann zipp zapp dann sich dann auch vielleicht zwei Tage einpendeln. Oder einen. Vielleicht sogar auch nur einen, je nachdem. Wie gesagt, 10%, 15% Buff, das wird dann alles eine ziemliche Face-Roll-Geschichte. Ähm... Wie gesagt, das ist ja auch schon mal eine Entscheidung aufs Addon. Wir können... Müssen nicht, aber wir können dann vielleicht sagen, dass wir uns auf drei Raid-Tage einigen. Dass wir vielleicht sagen, zwei oder einen Tag ist der normale Raid. Vielleicht machen wir jetzt den zweiten Raid auf mit Twings und machen da nochmal ein bisschen was. Ähm... Und machen Achievements holen wir nach und machen dies, machen jenes. Und äh... Ich denke, da werden wir schon irgendwie eine Beschäftigung finden. Es soll auf jeden Fall nicht langweilig sein bis dahin, aber auch nicht so mega stressig, weil das haben wir jetzt geschafft. Ding ist durch. Super gemacht. Und äh... Wenn wir uns dann mal die Tage dann irgendwie so einen Nebenherd unterhalten über die nächste ID, dann kann es nochmal laufen. Machen unseren Content-Kram. Wir dürfen da jetzt auch nicht zu überschwindig rangehen. Wir werden Mittwoch nicht um 21 Uhr plötzlich Madness Down haben. Falls doch, äh... Respekt. Ähm... Und äh... Wie gesagt, dann können wir gerade dieses Thema Twin-Grade, mal andere Sachen lernen, mal andere zu machen. Auf lockerer Basis. Äh... Äh... Ähm... Und so weiter und so fort. Da werden wir, denke ich, irgendwelche Optionen finden, ja? Das zu machen. Wenig ist halt nur, dass wir den Netbetrieb nicht irgendwie komplett lähmen. Weil, ähm... Ja, dann stehen wir beim Mob da und irgendwie ist keiner mehr da und äh... Weiß ich nicht. Ne? Wollen wir mal gucken. Und wie gesagt, was da im Dings geschrieben ist, kann man eventuell dann auch machen. Na, dass man vielleicht tatsächlich, dass man vielleicht tatsächlich Beta raidet. Viele haben ja hier den... Ja, ich halte die Frage, ja wie viele hätten den eigentlich? Das wäre mal die Frage, ne? Einige. Wie bitte? Ähm... Wie viele den, ähm, Jahrespass haben, hier an der Gilde. Also ich hab zwei, ich hab zwei. Ich hab zwei. Das ist schon einige. Werden wir jetzt nicht debattieren, das werden wir dann die Tage machen. Wir haben jetzt genug Zeit, wir können uns ein bisschen zurücklegen. Könnt ihr mal ein bisschen im Forum posten? Richtig, das können wir mal. Damit das alle lesen können. Ich kann ja auch jeder mal... Kann ich jetzt auch mal nochmal sprechen? Dankeschön. Äh, es kann ja auch jeder grundsätzlich, äh... Nein, leider ist es ein Quater und bei uns ist es so üblich, äh... Anderen ins Wort zu fallen. Ja, das... das weiß ich. Deswegen seid ihr ja auch Untermenschen. Ähm... Ich komm bei dir, dein scheiß Landrecht. Auf jeden Fall, ähm... Mit C-Wap-C-P. Kann ja jeder mal... Kann ich jetzt mal, man! Es kann ja jeder mal ins Forum, äh, sein, äh... Seine Ideen. Irgendwie Posten, was er gerne machen möchte. Irgendwelche Achievements, andere Sachen, äh... Egal was, sei es hier, ich brauch nochmal T-11, brauch dieses... Wir haben Zeit, wenn wir unseren Content Clear kriegen, können wir auch wirklich sagen. Wir machen an einem Tag mal anderen Quatsch, das wird diesen ganzen Mist fertig mal. Wir können mal sagen, komm, äh... Wir gehen eine Stunde und, äh... Weiß ich auch nicht was... Äh... Rapen... Orgrimmar... Ich hab keine Ahnung... Irgendeinen Scheiß, das werden wir schon irgendwie finden. Benutzt das Forum dafür und genießt bis... Jetzt die nächste ID, bis morgen da den Scheiß. Morgen Farm Raid, ganz gechillt... Äh... Rum... Negern... Und dann... Ja... Ne? Was ich eben kurz sagen wollte, ähm... Zu dieser Beta-Aktion... Ne? Ähm... Ich selber, äh... Habe einen, werde aber wie, äh... Zu... Cataclysm, wie zu WLTLK und wie zu Burning Crusade, äh... Ungefähr wieder 10 Beta-Keys bekommen. Äh... Beziehungsweise, es werden wahrscheinlich sogar schon Family & Friends Alphas, äh... Die ich dann vergeben kann. Äh... Wenn man da sicherlich auch was macht. Ja gut, die... Die Family & Friends Alphas sind ja eh egal. Also bei den Crusade hast du da ja noch in den Heroin sonst gegen Würfel gekämpft. Ja. Die keine Fähigkeiten hatten, aber... Aber die Alphas werden automatisch zu Beta-Accounts gemacht. Ja gut, klar. Ja, was passt bei mir für ein paar Leute mindestens. Ja... Also die Alphas nicht haben, ne? Ähm... Könnte man damit dann halt den Raidfall machen, ne? Ja.